Wir, meine Damen und Herren, kommen zum nächsten mit 32,4 Prozent auf dem zweiten Platz. Erster Titel und gleich erster Erfolg und den Anfang, den kennen Sie. Comment ça va? Und die Charsas Hollands. Rester, l'amour, est-il toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends, j'ai un amour. Rester, l'amour, est-il toujours. Man war ja sein Mädchen, damals in Paris. Rester, l'amour, est-il toujours. Tu ne comprends, j'ai un amour. Rester, l'amour, est-il toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends, j'ai un amour. Rester, l'amour, est-il toujours. Tu ne comprends, j'ai un amour. Tu ne comprends, j'ai un amour. Sie hat meine Nerven Wirklich nicht geschont Wir beiden gingen eng und schlungen Vollkost durch die Nacht Ich stand voll in Flammen Sie hat nur gelacht Ich sagte, bitte küss mich Schenk mir ein bisschen mehr Sie hat mich nicht verstanden So wie ich sie vorher Comment ça va? Com' sie, com' sie, com' sie, com' ça Tu comprends un amour Restez la vie, restez toujours Comment ça va? Com' on, ça va? Das war der zweite Platz Ist das voll? Wollte dir die Band einzeln vorstellen Das ist der Hans Das ist der Peter Am Keyboard Das ist der Erik Und das ist nochmal der Hans Für euch alle Die Goldene 2 Zweiter Platz bei der Hitparade Sag mal, du hast deine Schule bereits hinter dir? Ja Die anderen drei noch nicht? Nein, noch nicht Das heißt, die müssen irgendwann zur Privatschule gehen Oder sowas, ne? Nein, ich weiß nicht Ich weiß nicht Präzise Es gibt irgendeine Möglichkeit Dass ihr weiter zusammen spielt Auf jeden Fall Wie heißt denn der neue Titel? Je suis tué Das ist unser neuer Single Also ich bin, du bist Und wir sind glücklich Dass ihr da wart Alles Gute Schöne Grüße An Holland Wir haben auch viele Zuschauer da drüben Ebenfalls Grüße Über die rot-weißen Schlagbäume Nach überall hin Wo man uns Der Hitparade aus Berlin Zuschaut